Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen, würde mich freuen. So, ich habe ja letztens ein Video hochgeladen, dass ihr mir Fragen stellen könnt für ein FAQ und jetzt sind wir bei dem FAQ und ich beantworte mal eure Fragen. Raccoon Aura fragt, hey, ich schiebe FAQ, darf ich das Video anfangen? Mein Trink, darfst das Video anfangen. So, RapX hat die fragt, wann hast du mit YouTube angefangen und warum? Und wer war dein größeres YouTube-Vorbild? PS, magst du essen? So, wann ich mit YouTube angefangen habe, war eigentlich schon mit 12, aber ich hatte immer mehrere Kanäle. Also ich habe immer, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, direkt einen neuen Kanal gemacht. Aber den Kanal, den es jetzt gibt, gibt es jetzt schon seit zwei Jahren, glaube ich. Und aktiv benutze ich ihn seit drei Monaten oder zwei Monaten, glaube ich. Ich bin mir da nicht sicher. Und wer war dein großes YouTube-Vorbild? Also ein wirkliches Vorbild hatte ich nie. Aber ich würde sagen, damals so Marcel Scorpion und so zu der COD-Zeit, da habe ich ziemlich viel COD halt hochgeladen und da war, glaube ich, mein wirkliches Vorbild. Wirklich eigentlich Marcel Scorpion und so, X-The-Solution und so, pipapo. So, Mrs. Bex fragt, hast du ein Vorbild? Ja, wer ist dein Vorbild? Ich grüße meine Mutter. Grüße gehen raus an deine Mutter erstmal. Und zwar, ob ich ein Vorbild habe? Nein, ich habe gerade kein Vorbild, aber so meine YouTuber, die ich gerade schaue, beziehungsweise die ich wirklich aktiv schaue, sind eigentlich Maxify und Firegoden. Und ja, Firegoden kenne ich ja schon länger, den habe ich ja damals schon bei Minecraft geschaut. Und ja, mit dem habe ich auch das ein oder andere Mal damals gezockt. Und ich fand es dann auch echt krass, als dann Maxify in meinem Stream geschrieben hat, da wurde ich echt rot wie eine Tomate. Und ja, es hat mich auf jeden Fall übelst gefreut. Aber wirklich ein Vorbild habe ich nicht. Weißt du schon, welche Spiele du nach Fortnite spielen möchtest oder willst du jetzt eher an Fortnite dranbleiben? Also erstmal werde ich an Fortnite dranbleiben, aber ich spiele gerade in letzter Zeit noch Raft. Also ja, die zwei Spiele spiele ich eigentlich gerade aktiv, aber eher Fortnite. So, General Gamer fragt, Shiro, Hashtag FAQ, woher kennst du Baumblow und wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Baumblow kenne ich durch Luki und Rikikikrafter und Firegoden zum Beispiel. Und mit dem habe ich früher auch schon gezockt, Minecraft halt und ja, aber mittlerweile habe ich keinen Kontakt mehr zu ihm. Ja, eine Frage von Herai und zwar, welche Spiele hast du vor Fortnite gespielt? Das war Minecraft, CSGO, Arma, COD, sowas in der Richtung halt einfach. Depex fragt, Hashtag Shiro FAQ, was hast du vor Fortnite gezockt? Wie gesagt, habe ich gerade schon beantwortet. So, die nächste Frage ist wieder von Herai. Schon wieder Hashtag falsch hast du glaube ich übergemacht. Hast du Fortnite wegen dem Hype angefangen oder was war der Grund? Also der Grund, dass ich Fortnite angefangen habe, war eigentlich wegen meinen Kollegen und nicht wegen dem Hype. Aber ich bin wegen dem Hype auf dieses Spiel überhaupt gekommen. Und ja, also ohne den Hype hätte ich das Spiel glaube ich nie entdeckt. Und deswegen ja. Styx HD fragt, äh, schon auch den Hashtag falsch gemacht. Hast du angefangen zu zocken mit welchem Alter? Ähm, ich habe angefangen zu zocken mit dem Alter von, keine Ahnung, 10 oder so oder 9. Ich bin mir nicht sicher. Und zwar war das noch Wii Sports auf der Wii und so und Mario Galaxy und sowas in der Art. Die nächste Frage kommt wieder von DPEX. Und zwar ist die Frage, spielst du irgendein Handy-Game? Äh, außer wenn ich fliege oder im Zug bin oder so, spiele ich nicht wirklich Handy-Games. Ibims iSexyDaumen, was willst du noch an Spenden bekommen von mir? Hm, was ich an Spenden noch bekommen will? Also die Grafikkarte und die Face-Game könnte ich mir schon vorstellen, ne? Spaß. So, Ibims iSexyDaumen fragt wieder, hast du eine Freundin und kannst du sie ein bisschen beschreiben mit drei Wörtern und bei Aussehen ins Detail gehen? Also ins Detail werde ich jetzt nicht gehen, aber ja, meine Freundin ist toll und das bleiben mir so. Ich möchte jetzt nicht weiter ausbauen, weil die gehört eigentlich nicht wirklich zu dem Kanal, deswegen. Nie wieder Sex oder nie wieder Zocken? Boah, das ist echt eine schwere Frage, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht, wie ihr die Frage beantworten wollt oder keine Ahnung, wie ihr sie beantworten würdet. Aber ich glaube, dass ich nie wieder Zocken nehmen würde, weil irgendwann höre ich eh auf zu zocken, denke ich mal. Und ja, ich bin mir auch da nicht sicher. Zum Glück trifft das nie ein. Kommt Face-Cam? Ja, es wird irgendwann Face-Cam. Kommt, wann weiß ich noch nicht. Ich werde das nochmal überlegen, weil es ist ja nicht so eine kleine Sache, sich auf YouTube zu zeigen. Deswegen bin ich mir da noch nicht sicher. Phoenix fragt, bist du männlich? Ähm, ja. Sony fragt, wirst du wieder Arma spielen oder nur noch Fortnite? Ähm, Arma werde ich glaube ich nicht wirklich mehr spielen, weil ich ja auf dem Eisenschmin-Server gepannt bin. Und ja, keinen Bock hab, neu anzufangen. Von dem her wird es glaube ich eher nichts. Außer mal so nebenbei, wenn mich irgendjemand fragt auf Golden Hope oder so. Man weiß nicht. Buddy fragt, erstens, zwei Stunden streamen wäre besser. Und Hashtag ShibaFakue. Willst du eigentlich nur Fortnite-Videos und Streams machen oder kommen irgendwann auch andere Spiele auf deinem Kanal Raft? Also gestreamt habe ich ja schon Raft, wer das nicht weiß. Und eventuell, ich bin mir da noch nicht sicher, kommt ein Raft-Let's-Play, beziehungsweise so ein kleines Best of Raft oder sowas. Also ich bin mir da noch nicht wirklich sicher, was da jetzt genau kommen wird. 18 Quadrat fragt, magst du Bach-Ritte? Nein, ganz sicher nicht. Omikron Zeiss fragt, norddeutsche oder ostdeutsche Flak? Die ostdeutsche Flak. Herr Rai, gehst du auf die nächste Gamescom? Ähm, ja, sehr vermutlich gehe ich auf die Gamescom. Aber ich muss halt noch ein paar finden, die mit mir da hinfahren, weil ganz alleine fahr ich da nicht hin. Ich würde da vielleicht Leute treffen, also sehr wahrscheinlich. Aber ich habe keinen Bock, da alleine hinzufahren, wenn ich ehrlich. Marius Zöller fragt, hast du Haustiere? Wenn ja, welche? Ich habe keine Haustiere, weil meine Mutter dagegen allergisch ist und, äh, ja. Gegen alle Tiere, also braucht ihr gar nicht versuchen und Vogel will ich nicht. Dann fragt Herr Rai, wieder eine Frage von Herr Rai, hast du Geschwister oder Haustiere? Ich habe einen Bruder und eine Schwester und wie gesagt, Haustiere habe ich nicht. So, das war damit auch die letzte Frage, die es hier gibt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Fragen habe ich, äh, hoffentlich gut beantwortet und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo und ein Like da lassen, würde mich freuen. Haut da rein.